Bei der Architektetworks stellen wir unsere LibreCircle und LibreSquare 2.0 aus. Ich finde es sehr gut, dass die Vorauswahl getroffen wird, denn der Mensch hat heutzutage viel zu viel Informationsfluss. Wenn schon mal das Beste ausgesucht wurde, dann bekommt man auf wenig Platz das Beste zu sehen. Also das Interessanteste finde ich mitunter immer diese Materialproben, die man sieht. Gerade hier stehe ich vor einer schönen Auslage und ich finde es ein Highlight in unserem Berufsalltag. Die Firma Souten ist eine sehr innovative Firma mit mehreren Neuheiten pro Jahr und da gehören wir einfach an diese Messen. Für uns ist das eigentlich selbstverständlich. Für mich ist die Architects at Work eine Ausnahmeerscheinung. Wir haben hier Produkte, die für uns als Innenarchitekten, aber auch für Architekten hochspannend sind und so noch nicht gesehen sind. Wir suchen ja auch neue Produkte, neue Materialien, Anregungen und von denen haben wir hier wirklich reichlich. Wir können fragen, wie genau wird das hergestellt, wo wird das hergestellt, wie wird das transportiert, warum macht ihr das so. Und diese Fragen sind die Fragen, die man eben in einem hübsch gelayouteten Internetprospekt meist nicht findet. Und das, glaube ich, ist die Chance einer solchen Messen.